Ein echtes Paradies für Babys und Eltern präsentiert Ulrike Kogler in ihrem Mammiladen in Klagenfurt. Stellvertretend für viele andere holen wir sie am Muttertag vor den Vorhang. Im Bordrap erzählt die dreifache Mama über ihren Alltag. Nicht immer einfach, aber es erfüllt einen wirklich mit Zauber. Es ist einfach wunderschön. Man ist glücklicher, als man ohne Kinder war. Mein liebiges Schimpfwort ist verflixt und zugenäht. Durchschnittlich bis schlecht. Mir ist wirklich erst in der Maturaklasse der Knopf aufgegangen. Beim ersten Mal Intensivlernen habe ich gedacht, okay, es ist gar nicht so schwer. Eine Auszeitung hätte ich verdient, dass ich den Alltag schaffe mit drei Kindern, Selbstständigkeit, zehn Mammiläden und am Abend doch noch mit einem Lächeln ins Bett gehen zu können. Wenn ich alt bin, dann möchte ich lächeln, mit ganz vielen Falten mit meinem Mann auf einer Bank sitzen und in unserem Garten gespielenden Enkel genießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017